Here we go Naughty Naughty ERD an Ernsthaft? P9? Ich war eben noch 6 da, was ist das denn hier? Hör mal! Skandal! Ja wo? Alter Nein, egal, egal Dann sehen wir uns mal gleich im Rennen hier, weh? Scheiße Also viel Glück Viel Glück Boah, da lässt ja die Konkurrenz ganz alt aussehen So, schuldig Ja, was soll ich tun? Hast du die Strasse schaden? Nee, zum Glück nicht War auch ein bisschen geleckt irgendwie Genau, auch noch mal komisch Ja, Panzerknack hast hier Ja, lol, jetzt sagt er sich Rundflügel schaden, aber stoppt denn 23% habe ich Oh, alle lecken, ne? Ja, ich war jetzt ein 80 Also die Reifen sind jetzt schon eine Katastrophe ne? Ne? 20% Ja, Temperatur wird auch entscheiden Oh, Panzerattacke in der Wand Was hat er mir noch mitgenommen, ne? Ja Okay, du hast eine Position verloren, bleib am Ball Oh, das ist doch wieder Bollocks hier Das ist die Bollocks Er fährt einfach Er ist jetzt schon 18 hättlich schneller als ich Gamer Spacko Ja, dieser Moment, wenn's Rennen nach Kurve 1 schon vorbei ist, alter Scheiß Flügel da, Hurensohne Ero, da meint, damit du kannst nicht fahren Nee, ich meine, dass da so viel Zeit immer verliert mit dem Untersteuer wegen einem gelben Flügel ist auch scheiße Mach doch keinen Spaß Ja, aber ich rutsche hier nur um, was ist das für ein Drecksspiel? Same Ey, die Zorbs halten vor lange Ich bin jetzt neun Runden auf dem unterwegs, schon 30% Bis zum Ende kann ich nicht veranderen Kommt jetzt den Safety Kerner verlassen? Nein, auch nicht LOL Also bei mir war nach elf Runden schon 41% Ich bin mal klar Ja, jetzt geht das mal klar Trotzdem Ne, ich bin rumgerutscht am Ende, deswegen hab ich's auch verloren Ich glaub eine Runde für uns ist auch bald Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt frei Man sollte diese Funktion hier haben in dem Game Safety Kerner anzufordern bei Jeff Jeder darf einmal ein Safety Kerner anfordern Das war unser letzter Boxenstopp, keine Boxenstopp Was machst du denn? Bei Nullführung, man kennt's, auf einmal läuft's gar nicht mehr Momentum Nice kerbs, Alter, ihr Huren Sorry Oh, da steht einer, da steht einer Was ist das, Alter? Codemasters Lass den Scheißladen niederbrennen, man Kein Bock mehr Diese Drecksspiele Spiel GT-Spieler, die sollen GT-Spieler, die TM rausbringen, Alter Bei GT-Spieler Bei GT-Masters So ein offizielles Spiele GT-Masters Das Spiel hier, Alter, can't be arfed, man Ich kenne auch alle dich persönlich Stimmt auch weder, ne Ja, Moin P9 P9 Alter, ich hab gute 18, 19 Sekunden verloren dadurch, ne Guck mal an, ich hab 22 Rückstand Dann, wo sind wir nächste Woche? Ungarn, ne Ungarn, kann nur besser werden Na, bis Ungarn, haut rein, ciao, ciao Ciao